Mein Pick ist mal wieder FFM-Pack, weil natürlich, wenn du irgendwas mit FFM-Pack tun kannst, dann ist das da schon eingebaut. Also ich wollte, das ist vielleicht ein allgemeines Podcaster-Problem, du willst ja manchmal so ein Clip von deinem Audio-Podcast auf ein Social Media rüberschieben. Und dann soll das irgendwie so aussehen, als dass das Leute auch animiert, möglicherweise den Sound einzuschalten, weil viele von diesen Apps haben ja dann den Sound erstmal deaktiviert, wenn man über so ein Social Media Feed scrollt. Und man möchte also irgendwie eine Visualisierung seines Audios als ein Videoschnipsel, weil die ganzen Plattformen kein Audio entgegennehmen. Du kannst ja nicht einen Audio-Clip auf Twitter sharen oder so. Und da gibt es tatsächlich auch, was? Nee, nee, es wäre ja verrückt, wenn man das könnte. Ja, total verrückt. Aber es gibt natürlich auch solche, tatsächlich gibt es so Startups, die das so as a Service anbieten, so lad Audio hoch und wir machen dir ein Video draus. So Gehirnexplosionen, die machen da einen Haufen Kohle mit und im Grunde sind das halt auch nur zwei Zeilen in FFM-Pack. Und natürlich hat der einen vorgefertigten Filter, der der Waveforms darstellen kann und noch zehn andere Sachen. Der kann Spektrum plotten, der kann irgendwie Levels plotten, der kann zehn Sachen machen. Ist super umständlich zu schreiben, dieser Code, weil das ist dieses Filter, die Filtersyntax von FFM-Pack ist einfach direkt außer Hölle. Aber sie ist dadurch auch super mächtig. Und dann kannst du halt hier so ein Video rauslassen, wo ein Ausschnitt aus der Sprechkabine durchläuft. Und da macht unten dran die entsprechende Waveform, der setzt dir da das Bildchen ein und lässt dir das als Video raus, was du direkt so zum Twitter oder so schieben kannst. Und wenn du jetzt wirklich wolltest und das sehr wichtig für dich ist, kannst du natürlich da auch eine andere Visualisierung dir reinhacken, weil es alles Open Source. Kannst du dir auch da einen anderen Look dahinter schrauben. Oder du kannst auch das Video, was hier rausfällt, was jetzt diese Waveform darstellt, kannst du weiterfiltern. Das ist ja nur ein Video, was in FFM-Pack dann drin steckt. Und dann kannst du da nochmal weitere Filter und Farben und Zeug drauf machen. Das ist wirklich jetzt nur so ein Zweizeiler. Und das ist halt ein Gedicht, was er Philipp gemacht hat. Ein wahnsinnig verstörendes Gedicht. Das ist ein sehr, so ein sommerliches Gedicht sozusagen. Ein sehr erdbeeriges Gedicht. Mit Erdbeeren drin. Okay. Das ist ganz nett. Es gibt natürlich so ähnliche Filter, gibt es auch in, wie heißt das Ding, After Effects und so weiter. Die haben auch solche Sachen drin. Aber das ist ein Look, den man da ganz easy rausbekommt. Und eben auch viele andere Visualisierungen von Audio. Wenn du irgendwie, ich link da so ein Ding, da sind ganz viele von solchen Filtern mal zusammengesteckt, dass du auch so ein Spektrum in so einer Verlaufs-Dingsbums drin hast, dass du siehst, wo rauscht es, welche Geräusche habe ich da drin. Und das ist ganz nett, wenn man Audio zu Video bringen möchte. Und auch ansonsten, die Dokumentation von FFM-Pack ist teilweise katastrophal. Aber wenn ihr irgendwas mit Audio oder Video tun möchtet, die Wahrscheinlichkeit, dass es FFM-Pack kann, ist relativ hoch. Wenn auch die Hürde, dass es das tut, was du möchtest, ein bisschen höher ist. Ja. Gut. Und dieses Gedicht kann man anhören in der Sprechkabine. Staffel 4, Folge 10. Wir haben da jetzt unseren Wochenrhythmus sozusagen. Hoffentlich, wenn alle gesund bleiben. Und haben da eine neue Sendung. Gut. Gut. Gut.